Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich Willkommen auf D und Double G. Unser heutiges Thema dreht sich um den Rapper Azad. Azad ist wirklich ein sehr talentierter Rapper, meine lieben Freunde. Ich bin ehrlich gesagt kein großer, großer, großer Fan von Azad gewesen in den letzten Jahren. War auch nie ein großer Fan von seiner Musik. Manche Tracks sind echt geil von Azad, manche sind einfach nur die Bescheiße, meine lieben Freunde. Nachdem herauskam, dass viele seiner Texte von dem Rapper Animus geschrieben wurden, bin ich ehrlich gesagt auch ziemlich enttäuscht von dem Rapper Azad. Ich dachte ehrlich gesagt, das wäre eine Rapgröße und der hat auf jeden Fall Talent Texte zu schreiben. Sich von einem Animus die Texte zu schreiben zu lassen, okay, das ist, ja, jeder muss das für sich selber wissen. Für mich ist das ein No-Go, wenn ein Rapper wirklich eine Raplegende sein soll, dann soll er auch wirklich in der Lage sein, seine Texte selber schreiben zu können. Ja, also ist so meine Meinung. Vielleicht wurden in den letzten, letzten Jahren natürlich auch die Raptexte von Azad von jemand anderem geschrieben. Wer weiß das schon, meine lieben Freunde. Unser heutiges Thema dreht sich wirklich um die Single Azad Schutzengel, meine lieben Freunde. Viele, 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 viele Fans von Azad haben sich beschwert. Der Rapper hätte zu viel Autotune benutzt, zu viel auf Trap und ein bisschen seine Seiten gewechselt, meine lieben Freunde. Viele haben es kritisiert, ja. Er hat es seinen Fans versprochen. Es kommt der alte Azad wieder raus, mit dem alten Stil, ohne Trap, ohne Autotune. Und das hat er natürlich mit diesem Track natürlich wieder bewiesen. Ob dieser Track jetzt von dem Rapper Animus geschrieben wurde oder nicht, das wissen wir ja nicht, meine lieben Freunde. Auf jeden Fall ist das ein sehr geiler Track, sehr geile Lines, ne. Also man hört sich die Lines an und man denkt irgendwie, das hört sich wirklich an die Kollegah. Also das hat schon ein bisschen Kollegah-like mit diesem, ich passe auf dich auf und nicht aufgeben, die ist das, ne. Also das ist schon sehr motivierend, muss ich sagen. Das gefällt mir wirklich sehr. Wenn man es sich auftritt und sich reinzieht, ist das wirklich eine sehr, sehr, sehr beruhigende Stimme von Azad. Also ich finde, ein wirklich geiler, 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 geiler Track. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen, sich den Reiz zu ziehen, meine lieben Freunde. Azad ist dein Schutzengel. Wenn du ungerecht behandelt wirst, nicht verzweifeln, der Boss regelt das schon, ja, meine lieben Freunde. Also mit dieser Line könnt ihr euch auf jeden Fall auch etwas richtig Geiles gespannt machen. Yo, meine lieben Freunde, wir sind natürlich zum Ende wieder angelangt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalässt. Wenn ihr mir dieses Video vielleicht eventuell für mich liken könntet, damit ich irgendwann mal auf meinen Arm gehen mir holen kann, meine lieben Freunde. Ja, das wäre natürlich super. Ich danke euch fürs Einschalten und vergiss nicht, peace and out.